so hallo leute und willkommen auf meinem kanal ja wir haben jetzt das terrarium hier rüber getan sieht jetzt so aus und jetzt habe ich auch eine frage an euch wollt ihr dass ich ein wüsten terrarium für die messer barbarus mach für die relativ große messer art die hier in dem erster formicarium ist oder wollt ihr oder wollte die campnotus nicobarensis sehen in einem tropischen bis subtropischen hier tropischen bis mediterran fokussieren bitte danke so relativ große königin ungefähr so groß wie die messer barbarus aber noch ein stück größer dafür aber halt eben ein bisschen schmaler in der statur so wieder zu machen und da wollte ich euch jetzt halt eben fragen also meine community ob ihr wollt dass ich halt eben für die messer barbarus oder für die campnotus nicobarensis mach das bleibt jetzt erstmal euch überlassen ich werde gleich noch mal ein kleines icon einfügen und das könnt ihr denn rechts oben im fenster gucken also im info fenster und ja das war es erstmal von mir bis die tage dann ciao